Snoopy und ich sind im Wald an einer kleinen Quelle. Snoopy hat Durst. Wir können jetzt auch im fremden Wald schon ohne Leine gehen. Das ist echt super. Das macht so viel Spaß. Fein, Snoopy. Geh mal weiter. Na komm, auf geht's. So wie ihr seht, entschwindet Snoopy gerade um die Kurve. Seht ihr, er kommt sofort. Komm her, Snoopy. Wenn ich ihn rufe, dann kommt er sofort angewetzt. Fein, Snoopy, hast du fein gemacht. Er hat einen Tannenzapfen gefunden. Oh, Snoopy ist auseinandergefallen. Armer Hund. Komm, ich such dir einen neuen. Snoopy in Action. So habe ich mir das vorgestellt mit dem Hund. Der Wald, Snoopy und ich. Ja, Snoopy, hast du ihn schon wieder zerlegt? Snoopy kann balancieren. Ich bin begeistert. Ja, Snoopy, und jetzt? Snoopy, und jetzt? Komm. Feiner Snoopy, fein. Guck mal, was ich hier habe. Ja, Snoopy. Feiner Snoopy. Das schmeckt, ha? Ja, ja. Ja, ja. Vielen Dank.